Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Amen. Das Böse ist die Zander. Bitte äh und ich hole dich. Untertitelung des ZDF, 2020